Moment, das ist ja doch irgendwas mit dem T-Rex hier zu tun, aber ich hab doch schon alle Steine von dem Typ kaputt gemacht. Was kann ich mit dem Typ tun? Was kann ich mit dem Typ tun? Ich hatte die alle schon kaputt gemacht, aber das hat mir nichts gebracht. Ah, weißt du was? Weißt du was? Dann gehen wir. Dann gehen wir einfach und sagen, pass mal auf, nächste Welt. Warum auch nicht? So, pass mal auf. Dann fluppt das. Wobei, mhm. Na, wir gehen, wir gehen in den nächsten Welt. Wir können ja früher oder später nochmal zurückgehen. Mal schauen, was hier dann in quasi anderen Orten so funktioniert. Das nächste wäre dann quasi, glaube ich, die Wüste wieder dran, wenn mich alles täuscht. Kann das sein. Und dann, ähm. Ich kann mich daran erinnern, dass das zum Beispiel diese eine Stelle noch war mit dieser, ähm, mit dem Samen da. Dass wir damit eventuell irgendwas machen können. 177 schon. Heinein, Scheiße. Vorbei, ich meine, es ist nicht mal mehr ein Fünftel aller Mone, die wir bisher gefunden haben. Das muss ich mir vorstellen. Nicht mal ein Fünftel aller Mone. Heilige Scheiße, Alter. Das geht hier bei den Listen so. Das sind drei direkt. Äh, du Scheiße. Was heißt, die drei dahinter, dass es noch drei sind? Oder was heißt? Ah, Moment. Das sind diese Dreier, äh, diese Dreierdinger, ne? Diese Dreierdinger. Ach, du liebe's. Ach, du Scheiße. Ah, Moment. Moment, Moment. Ist ja gar nicht Wüstenland. Ach, schon gerade. Ist es sehr, sehr merkwütig gewesen, wenn das jetzt noch so viel gewesen wäre. Ja. Ja. Ah, mein Gott. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Ja, wir gucken erst mal. Wir gucken erst mal Wüstenland. Ja, so ein bisschen Abwechslung. Weißt du? Und dann läuft das. Ab zum Würstchenplaneten, sagst du? Ja, ich bin dafür. Ja, stimmt. Der Lange Dongle muss einmal im Stream erwähnt werden. Da bin ich auch für. Also, in diesem Sinne. Langer Dongle an alle. Hab ich mir sagen lassen. Der alte Wämser. Der berühmt-berüchtigte. Die Legende. Sie lebt. Tut sie. Hab ich mir sagen lassen. Ja, überspringen wir schön. Lass mal lieber zocken, Alter. Der wäre ich für. Keine leckeren Dinge als Lange Dongle. Ja, das stimmt. Langer Dongle ebenfalls. Ja, die auch, Alter. Oh, hier ist ein komischer Gruß noch zu, oder? Ja, das kann nicht jeder. Ich bin jetzt sehr besonders, Mama. So, guck. Also, da muss man dann auch mal mit zufrieden sein. Die Mondquader hier leuchten ebenfalls. Moment, der leuchtet. Das ist gar nicht. Ja, wir gehen mal gucken. Wir gehen mal gucken. Der ist jetzt nicht so weit weg. Also, das kriege ich wahrscheinlich dann. Also, vermutlich finde ich den noch. Wenn ich jetzt raten müsste. Wenn ich jetzt raten müsste. Hi. Wenn ich jetzt raten müsste, ist hier hinterher schon irgendwas versteckt. Das wäre jetzt so Nintendo. Hier ist nichts. Ah, nee, ist gut. Ich verstehe schon. Weißt du, wenn ich dann mal eine gute Idee habe, dann sagt Nintendo, nee, totaler Quatsch. So was machen wir nämlich gar nicht. Wie kommst du denn aus dem Sonnenblödsinn, du Lappen? Da bin ich traurig und wein. Ah, ist okay. Ah, guck mal, die Wintertypen sind da. Was machen die denn hier so schönes? Guten Tag. Da sind bestimmt auch so viele Easter Eggs drauf. Nee, doch nicht. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass da einige kleine Ornamente drauf sind. Warum dürfen wir nicht reinkommen? Das weiß ich auch nicht. Moment. Bestimmt, weil die irgendwie zu warme Kleidung anhaben oder so. Und deswegen muss ich jetzt Wüstenkleidung anziehen. Und dann kann ich da reingehen und sagen... Keinige Scheiße. Samo inspiziert den langen Dongle. Frohes Schaffen, Alter. Das verstehen wir dann jetzt auch so ein bisschen als Einladung. Da musst du dann jetzt die Konsequenzen dann aber auch tragen. Also da kommst du nicht so einfach wieder raus. Jetzt, Freund. Was willst du denn von mir jetzt? Pass mal auf, wir gehen mal jetzt zuerst nach dem Typ. Wir gehen zuerst nach dem Typ. Wir gucken, was hättest du gerne. Ja, hi. Erzähl mir lustige Geschichten. Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Deine gesamte Aufnahme passt so gar nicht. Da fehlt der Pepp. Guardiola. Vielleicht schaust du dir so... Von dir aneimerschlafen. Ja, das ist okay. Ich hab schon verstanden, dass ich Sachen kaufen muss. So, wie wurde irgendwann mal gesagt. Von meinen Arbeitgebern. Auch wirklich dann mit so einem besorgten Gesicht. Und ganz, ganz traurig. Werde der Herr Kruzzinken. So leid uns das tut. Sie sind einfach nicht hip. War nie so traurig. Also... War eine schwere Zeit. Es war eine schwere Zeit, als mir mitgeteilt wurde, ich sei nicht hip. Oh mein, das Ding nur mit zwei. Da haben wir schon fünf geschafft. Das hab ich dann im Prinzip auch nur übersehen. Spiel eine Runde, Jackpot. Spiel, zählen Münzen, bla bla. Ja, lass mal machen. Lass mal gehen. Vielleicht bin ich dafür, wenn ich es hip genug. Also, ich mein... Wahrscheinlich wird es mir schwer fallen. Das werde ich dann wohl zugeben. Mal gucken. Also, nach dem Herz wahrscheinlich. Ja, nach dem Herz. Also, nach dem Herz. Sprich, jetzt. Na, nach dem Herz. Nach dem Herz. Na, hohoho. Es war beinahe zu früh. Es war beinahe... Es hat sich zu früh angefühlt. Es hat sich zu früh angefühlt. Und dann... Yes. Also, wir sind bei Grün. Oh, wie schön. Ich freu mich. Ein Cypher-Dongel. Das ist Tourismus auf neuem Level. Das stimmt. Das stimmt. Wobei, stell mal vor, du bist so ein Wüstenbewohner. Und vorher stehen dann irgendwelche komischen Eisbären in Wintermantel. Und dann kommt dazu noch ein, äh, hier so ein Neandertaler-Typ. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, ob ich denen jetzt vertrauen würde. Also, zumindest nicht zu... Plötzlich ein Toad, der Musik hört. Warum auch nicht. Äh, also nicht zwingend auf Anhieb zumindest. Das ist du mir so mitzuteilen. Hey, du. Wer, ich? Ich bin mal hier, mal dort auf Reisen auf der Suche nach allen Arten von Musik. Vielleicht kannst du mir helfen. Suche Musik, die zu einem bestimmten Thema passt. Hier, das Thema heißt... Moment, Erinnerungen an harte Kämpfe. Wenn du das haben solltest, würde ich gerne mal anhören. Jetzt muss ich aus 67 Songs, soll ich jetzt Erinnerungen an harte Kämpfe suchen. Ey, sind die bescheuert? Ich soll jetzt aus 67 Liedern Erinnerungen an harte Kämpfe finden? Und weiß niemand mehr, ob ich das habe. Hahaha. Ja, wisst ihr, vielleicht machen die das ja hier. Das sind ja alles Kämpfe. Aber scheinbar... Scheinbar nicht. Klar. Ich habe 67 von... Warte, war das jetzt 82? Also mir fehlen 15, ich habe 67. Aber das, das ich brauche, ist nicht dabei. Kommt wieder vorbei. Ja, ja, sicher. Ganz jederzeit, die übersichtige Musik anzeigen lassen. Öffne, bla, bla. Ja, ist okay. Ja, Reisen macht so viel Spaß. Ja, tschö. So. Ist okay. Wir haben verstanden. Wobei, er hat ja nicht Unrecht. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das damals schon getan haben hier mit der Rakete, oder? Wobei es sein kann, dass er noch ein zweiter Stern war, aber... Das sieht auf jeden Fall schon mal aus. Das sieht auf jeden Fall schon mal aus, als wären da zwei Monde. Wir gehen mal einfach dahin. Wir machen das jetzt für den Moment erstmal einfach und gehen dahin, wo zwei Monde sind. So erstmal. Dieser Kackvogel stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Wir gehen dahin, wo die zwei Monde sind. Hahaha. Ein wahrer Profi. Ein wahrer Profi, ein wahrer Profi irgendwas im Auge haben. So. Und dann, äh... Moment. Das hat doch irgendeine Bewandtnis garantiert. Das machen die Leute jetzt nicht einfach so. Muss ich jetzt... Was hast du mir zu erzählen? Was hast du mir zu erzählen? Fragen wir mal einfach. Wir fragen mal gerade was. Mützensprung. Ja. Danke. Wir nehmen dann mal den Checkpoint und einen Lakitu. Und lila Dreiecke. Warum eigentlich Dreiecke? Haben die irgendeine... Die sehen ein bisschen aus wie Transformer für mich. Aber dann seid ihr aber auch keine Ahnung von irgendwas. Vermutlich sieht für mich alles irgendwie aus wie ein Transformer. Also... Wahrscheinlich sogar ich selbst. Hallo. Lass mich ran. Du wartest auf, ein Taxi. Irgendwie... Das ist so heiß hier. Ich mag mich kaum rühren. Sagt der und bewegte sich. Verstehe. Wir gehen da hin. Wir gehen da hin. Aber mit dem Lakitu. Mit dem Lakitu. Den haben wir da schon mal irgendwann, glaube ich, in dem Wasserlevel. Und damit bin ich nicht zurande gekommen. Das möchte ich, glaube ich, jetzt nochmal versuchen. Das möchte ich, glaube ich, jetzt nochmal versuchen. Oh Gott. Das... Das soll ich schaffen? Sind das die einzigen beiden Palmen? Oder ist jetzt die dahinter auch noch irgendwie... Wenn das die einzigen beiden sind, schaffe ich es. Das waren die einzigen beiden. Okay. Bitteschön. Gibt es irgendjemanden, den ich in die Wüste schicken möchte? Nein. Soll ich jetzt in meinem privaten Leben? Nö. Also ich sag mal so, ich versuche mich grundsätzlich mit Leuten zu umgeben, die... Also zumindest mal nicht dazu beitragen, dass ich mich schlechter fühle. Y einholen und auswerfen. Also da versuche ich mich grundsätzlich... Im Vorhinein schon irgendwie dafür zu sorgen, mich nicht mit Menschen zu umgeben, die mir auf den Zeiger gehen. Weil, keine Ahnung, dafür empfinde ich das Leben als deutlich zu kurz. Und... Also als deutlich zu kurz vor allem, um mich... Keine Ahnung, irgendeine Schmur aufzuregen. Den Leute zu meinem Leben beitragen, die mir einfach nur auf den Zeiger gehen. Das... Also im Prinzip nicht. Das ist... Also ich bin ja lieber proaktiv. Moment. Mein Controller hat gerade eine Sekunde vibriert. Moment. Muss ich jetzt warten auf den Typ? Oder was geschieht? Was? Ich gehe mal davon aus, dass irgendwas... Dass ich irgendwie logischerweise einen Fisch angeln muss. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Die Frage ist nur... Wie werden wir ihn dazu bringen? Anzubeißen. Wahrscheinlich wissen die Illuminaten Bescheid. Habe ich mir sagen lassen. Mach jetzt mal Arschkrampel. Also manchmal vibriert mein Controller dann, aber das ist ja wahrscheinlich noch nicht genug, um dann... Um dann... Jetzt schwirn doch nicht, dass du rumst. Mach einfach mal, du dummer Lappen. Ist das wirklich die Aufgabe? Hier rumzustehen, zu warten, dass der Fisch anbeißt? Ja, wenn man dann wohl mal den Angel... Äh... Podcast... Ähm... Podcast-Mikrofon rausholen. Guten Tag. Äh... Würdest du gerne anbeißen? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Fische fangen nicht nur im Wasser. Ja, aber... Äh... Äh... Oh, wait. Oh, wait. Manchmal vibriert der Controller, manchmal aber nicht. Sag mir doch irgendeinen Hinweis darauf, wie der ganze Scheiße funktioniert. Wäre nett. Wahrscheinlich steht hier irgendwo ein Schild. Äh, 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 äh. Wahrscheinlich steht hier irgendwo ein... Mach doch bitte... Ne, ich geh. Ne, der ist mir zu doof hier. Was ist gerade passiert? Ja, wüsste ich auch gerne. Wenn mir das irgendwer erklären würde, wie der Scheiße funktioniert, das wäre fantastisch. Aber stattdessen, ja, schmeißen wir einfach ein Lakito dahin und teig und sagen, hier, mach mal einfach. Und erklären mir stattdessen dann den Münz... Den komischen Kopf... Hier, Hutsprung. Das ist das, was wir tun. Das ist natürlich auch deutlich wichtiger. So, danke, Nintendo. Danke für alles, was ihr für mich tut. Jetzt zu diesem wunderbaren Mond, den ich vorhin schon angepeilt hatte. Stattdessen wurde ich da abgelenkt und alles ist schrecklich gewesen. Ne, ich merke... Ist eine Bohnen da auf dem... Auf dem... Auf dem, ähm... Ich war zu tief. Auf dem Kaktus war, glaube ich, eine Bohnen, aber ist egal. Der fliegt aber auch immer im Prinzip dahin, wo ich ihn gerade nicht brauche. Was, wenn ich jetzt so mache? Pass mal auf, wir machen jetzt so. Dann machen wir so. Ne, das war falsch. Das wird so schief gehen. Sterbe ich instant, wenn ich hier reingehe? Ich sterbe instant, wenn ich hier reingehe. Oh, nö. Es hätte ja auch irgendwie so ein Lava-Spring-Ding sein können oder so. Das wäre fantastisch gewesen. Da wäre ich für gewesen. Spawn mich nicht wieder hier am Ort meiner größten Niederlage. Also zumindest der größten Niederlage seit diesem einen Raum da gar nicht. Der einen Raum auf Niederlagenhausen. Der dumme Lappen, den ich definitiv sehr zu schätze. Ich habe erst zwei Monate in dem Kackladen hier gefunden. Das gibt es doch gar nicht. Wir müssen jetzt mal. Wir müssen jetzt mal. Also ich frage mich, wie... Ich kann hier einfach... So. Ich kann hier einfach so machen. Und wenn ich jetzt aber dann so mache... Ne, ne. Du kommst zurück, wenn es gar nicht zurückkommt, soll Gottverdammt noch mal. Ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt drankommen soll. Moment, 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 Moment. Man könnte natürlich versuchen, mit einem gekäperten irgendwas hier rüber zu kommen. Das wäre vielleicht einfacher. Einfacher. Wenn der jetzt Plattformen eröffnet zu dem Scheiß, ne. Ja, ist ja Gott sei Dank an der Dingsbums. Wobei, das ist immer noch näher. Von hier aus ist es immer noch näher dahin. Oder nicht? Ja, Moment. Ich weiß nicht, wie zur Hölle hätte ich das denn jetzt schaffen sollen. Der Controller schon vom Gesicht. Äh, der Controller. Der Controller schon vom Gesicht. Deswegen ist das alles so schwer, weil ich im Prinzip die ganze Zeit... Die meisten Leute wissen das nicht. Das ist alles so schwer, weil ich die ganze Zeit mit dem Headset kontrolliere. Also als Controller und so. Das ist gar nicht mal so einfach mit Spracheingabe. Warum lachen mich alle schon wieder aus? Verstehe nicht, was hier los ist. Ich möchte jetzt gerne vorankommen. Das wäre fantastisch. Diese Welt bisher irgendwie dazu geführt hat, dass ich überhaupt gar nichts mehr schaffe. Das ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Freue mich sehr. Und alles ist weitläufig und alles ist toll. Dann kullern wir ein kleines bisschen. Mach doch bitte, man. Alles ist so weit. Muss ich jetzt... Die Frage ist, muss ich jetzt... Ändert das irgendwas, wenn ich jetzt schon mit Weitspringen anfange? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hatte gerade nicht den Eindruck, dass das irgendwie knapp war. Aber mal. Äh. Wenn der jetzt weggegangen wäre, ne? Wenn der jetzt weggegangen wäre, ich wäre echt sauer gewesen. Ohne Witz, das hätte mich jetzt so wütend gemacht, Alter. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht passiert. Also, wie kommen wir da hoch? Das ist jetzt die nächste Frage. Ist hier oben auch noch was drauf? Da ist bestimmt auch noch irgendwas drauf. Aber das ist jetzt erstmal... Irgendwie sieht das jetzt gerade erstmal einladend aus. Allerdings habe ich keine Ahnung. Das bringt mir nichts. Ach, hi. Auf, was man hier alles so findet. Das ist ja warte. Mach doch bitte. Geh doch da rein. Ich habe mich verseh... Ich habe mich versehentlich verklickt. Deswegen muss ich jetzt weggehen und dann wieder zurückkommen. Ist gut. Machen wir natürlich gerne so. Machen wir gerne so. Dann sind wir alle mit zufrieden und dann ist alles gut. Dann ist alles im Prinzip perfekt. Wo werden wir jetzt landen? Wo werden... Ich möchte gerne in Donk City sein. Das wäre fantastisch. Ich möchte gerne... Lass mich bitte nach Donk City. Dann bin ich glücklich. Aber auch nur dann. Das ist... Ach. Der Wahnsinn. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man da hochkommt. Oder kommen kann zumindest. Wenn ich jetzt raten müsste. Aber... Ähm... Nee. Nee, so nicht. Irgendwie... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das... Möglich wäre... Äh, keine Ahnung. Wir gehen mal. Das wirkt irgendwie... Ich weiß nicht. Das wirkt so, als wäre da irgendwie... Als ginge da was sozusagen. Aber wir gehen mal ohne das. Ohne, dass irgendwas geht. Aber ich muss sagen. Wir gehen ohne, dass was geht. Also abgesehen von uns. Also wir sind jetzt quasi die Leute, die gehen. Wir gehen. Ja? Äh. Weil wir solche Gs sind. Verstehe sie? G wie der Buchstabe G. Ha, ha, ha. Komm, da kann man auch schon mal mitfeiern jetzt. Komm. Es ist so schlecht war halt jetzt auch nicht. Für so, äh... Für so moderne Menschen wie mich. Gute Güte. Das ist ja vielleicht die Wüstenvariante eines Sees. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Und genau das. Äh, dann gehen wir. Plötzlich ist das hier. Das ist von der Dreiecke hier. Ach, die Sphinx. Ich meine, wir hatten eine Sphinx mal. Die wollte irgendwie... Die wollte uns ein Rätsel stellen. Oder ist das die? Die eine, die uns ein Rätsel gestellt hat. Ich hab keine Ahnung mehr. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfverdeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was begehrt das räuberische Ungeheuer aus diesem Land? Oh, das weiß ich aber jetzt nicht mehr. Ein Ring, ein Eisbecher oder... Wahrscheinlich ein Ring. Wusste ich. Die Antwort ist korrekt. Bitte setz da deinen Weg fort. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die ist, die wir schon gemacht haben damals. Den Controller, die Schuld zu weisen, ist nicht nett. Natürlich ist er nett. Das ist im Prinzip... Also Controlling ist ja quasi der Peiniger erster Stunde im Prinzip. Also der freut sich ja über sowas. Das ist ja im Prinzip als Lob zu verstehen. Das ist... Also... Ein größeres Kompliment kann ich dem Typ hier gar nicht machen. Wenn ich dem jetzt sage, pass mal auf, wegen dir funktioniert jetzt irgendwas nicht. Dann... Weißt du? Der ist sehr glücklich. Das genau... Komm mal, stell dir mal vor. Wir sitzen jetzt hier. Irgendwas funktioniert nicht. Und dann... Dann sage ich, pass mal auf, Falke, hättest du jetzt dies und das nicht gesagt. Hätte das aber funktioniert. Weil meinst du, wie glücklich der Mann ist? Äh, die Frau ist. Das... Dann... Dann... Weißt du? Man muss das... Man muss das dann nur richtig verstehen. Aber ich bin mir sicher, das tut Controlling dann auch. Hä, 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 hä. Moment, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr einladend aus da hinten. Das sieht sehr, sehr einladend aus da hinten. Da wollen wir jetzt erstmal gucken gehen. Hab ich mir sagen lassen. Da wollen wir erstmal gucken gehen und dann... Komm ich da hoch? Das ist jetzt die Frage, ne? Jetzt die Frage. Es sieht so aus... Mach doch bitte dein... Dankeschön. Sehr, sehr entgegenkommt. Funktioniert tatsächlich. Ich bin, ehrlich gesagt, etwas überrascht. Ich nehme es dafür umso lieber. 50% der Münzenschein. Wir müssen das, äh... Das Dings da holen in der Welt. Äh, den, ähm... Das Kostüm. Das fehlt noch. Da sind noch mehr lila Typ-Typs. Das hier... Äh... Für den Moment nichts. Hier weiter nach oben zu gehen, schätze ich jetzt mal auch nicht. Wobei ich auch immer noch nicht weiß, wie ich auf diesen Turm da drauf kommen soll. Das führt mich ja nur weiter nach oben. Ich habe allerdings das Gefühl, dass hier noch genug... Ja, ja. Dass hier noch genug Sachen sind, die wir noch nicht haben. Wie kriegt man diese Käfige auf? Das haben wir auch noch nicht rausgefunden, oder? Habe ich schon mal so ein Käfig geöffnet? Ich kann mich nicht daran erinnern. Hier war damals ein Mond drin. Den haben wir aber schon, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Dem ist so. Wie kriegen wir Käfige auf? Moment. Vielleicht kriegen wir Käfige auf. Aber ich komme ja nicht runter. Habe ich den Schalter schon mal betätigt? Habe ich das schon mal getan hier? Wahrscheinlich nicht. So wie ich mich kenne, wahrscheinlich nicht. Moment, ich habe die gar nicht wahrgenommen. Sind hier mehrere Goomans? Ich würde gerne wieder einen Turm... Ja, wir dürfen einen Turm bauen. Ach, das ist das Coolste. Ohne Scheiß. Die Goomba-Türme sind eines der Highlights für mich in diesem Spiel. Aber hier ist keine Goomba-Tante. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so über Goomba-Tantiken gefreut. Aber hier sind keine Goomba-Tantikens. Dann gehe ich halt wieder. Ach, hi. Ach, hi. Moment. Shit, wenn ich den da oben mal gesehen hätte, wäre alles besser gewesen. Weil das wäre toll gewesen. Aber das ist nicht. Die Frage ist, komme ich damit jetzt da hin? Nein. Kann ich jetzt fliehe ich hoch oder sterbe ich? Ach, ich fliehe hoch. Okay. Irgendwie habe ich so viel, dass es so nicht gedacht war. Aber letztlich ist mir das dann auch... Sterbe ich jetzt? Werde ich sterben? Ach, ich kann hier drauf laufen. Ich wusste, dass ich hier drauf laufe. Ich dachte, das wäre Instant Death. Das ändert meine komplette Wahrnehmung dieses Levels. Oder zumindest Teile der Wahrnehmung dieses Levels. Nicht hoch? Ne, gut, dann nicht. Das ist natürlich... Okay, okay, okay. Da macht es natürlich auch einfacher, überhaupt erst mal zu diesem Käfig zu kommen. Das wäre jetzt irgendwie... Das ist, wie gesagt, Instant Death wäre. Die Frage ist... Äh... Nicht so. Die Frage ist also, wie kommen wir an diesen Käfig? Ich kann vermuten mal, dass es irgendwas mit Bulli-Bombingons auf sich hat. Allerdings ist die Frage natürlich, ob diese Bulli-Bombingons hier hinten hoch genug sind. Aber erst mal, pass mal auf, bevor ich die jetzt hier noch eine Viertelstunde liegen lasse... Machen wir das erst mal so. Machen wir das erst mal so. Und dann kam der jetzt her, der Bulli-Bob, den ich gerade hatte. Da kam der her. Okay. Ist das die Höhe von dem... Das ist die Höhe von dem Käfig. Ich kann jetzt hier rüberfliegen. Ja, sowieso wahrscheinlich gedacht. Und das macht es jetzt kaputt. Das macht es kaputt. Fantastisch. Wir lernen nie aus, Alter. Kugel-Willi-Durchbruch. Ja, Gott sei Dank. Der alte Kugel-Willi-Wämser. Kugel-Willi-Wämser. Sehr schön. Herrlich. Das ist natürlich dann jetzt... Plötzlich schwammig. Warum auch nicht? Ich schwimme mit meinen Fähigkeiten. Ich Taten spielen auch häufig. Also, die sind... Schö. Guten Flug auch. Hier war ich glaube ich auch noch nicht. Plötzlich ein Schornstein auf einem Haufen Sand. Das ist ein Igloo. Das ist ein Igloo in der Wüste, weil da ist manchmal nachts noch nie auch kalt. So, bitteschön. Ein Schlüssel, sagst du. Ja, dann wollen wir den mal holen gehen. Das war jetzt aber dann wireless oder was? Plötzlich sind wir WLAN. Na gut. Sehr viel unbeliebter können wir dann wahrscheinlich nicht werden. Als schlechtes WLAN. Verstehst du? Aha. Hab ich das jetzt automatisch eingesetzt? Nein. Plötzlich eine Steilkurve und wir werden alle... Guckst du mich so fragend an. Du möchtest was sagen. Ja, sag doch was. Es wird überraschenderweise nach einem Discord-Server gefragt. Das ist ja Wahnsinn. In guter alter Tradition. Wir müssen einmal im Streamen den Discord-Server haben und einmal im Streamen auch den langen Dongle. Also im Prinzip ist jetzt alles abgedeckt. Wenn wir noch irgendwie... Wenn wir noch irgendwie hier drauf kommen. Kruz, sagen Sie WANN. WANN! Ja, ja, ja. Oh nein. Oh. Aber wie soll ich aus der Nummer jetzt wieder rauskommen, Mann? Muss ich jetzt... Muss ich dann ne Kurve zurückgehen oder was? Alter, ich bin froh, dass ich überhaupt hinkomme, lebend. Elige Scheiße. Was zur Hölle, Mann? Ich muss... Ich muss jetzt da wirklich ne Kurve drin gehen, ja? Das soll ich hinkriegen. Das soll ich hinkriegen. Ich bin froh, wenn ich überhaupt lebend irgendwie hier ankomme. Das wäre fantastisch. Äh, Yoshi hab ich mir sagen lassen, kommt gleich noch. Ähm. Nein. Was? Ich hab gesehen, dass man da noch hätte oben hingehen können. Das hab ich gerade noch im Augenwinkel gesehen. Aber... Ob das das ist, was ich machen muss? Ich hab keine Ahnung. Warum hat das jetzt überhaupt aufgehört? Eigentlich sollte es das doch nicht, oder? Eigentlich sollte es das nicht tun, weil eigentlich hätte ich ja noch weiterlaufen können sollen. Dachte ich zumindest. Ne, 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 ne. So, wir haben jetzt neue. Wir haben jetzt neue. Wir haben jetzt neue. Und springen jetzt mal einfach hier rüber. Dann gehen wir hier hinten. Wenn die Kamera wenigstens sich vernünftig mitdrehen würde, sodass irgendwas funktionieren würde. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir brauchen auch gar nicht. Das ist ja Quatsch. Wir brauchen keine Kameras. Das ist Quatsch. Wir spielen, wir spielen Galaxy. Da braucht ich auch keine Kamera. Verdammte Scheiße. Das war ein Zeichen. Oh Gott, die Kamera ein Galaxy. Vor allem bei den grünen Sternen. Herrlich. Das war eine wunderschöne Zeit. Also, im Prinzip, die wahrscheinlich Beste meines Lebens. So, so. Und jetzt muss ich dann hier hoch, sagst du? Jetzt muss ich... Aha. Aha. So. Das hätte man jetzt riechen müssen, oder? Ne, ist okay, Spiel. Ne, ist okay, Spiel. Die Frage ist jetzt natürlich dann auch nur... Ich meine, es bringt mir ja jetzt nichts. Es bringt mir ja jetzt gar nichts. Jetzt stehe ich hier und komme aber hier nicht mehr weg. Aha. Okay. Ne, okay. Ich habe nichts gesagt. Ne, dann geht's. Natürlich ist es schön, dass sie jetzt einfach dann eine Brücke bildet, die vorher nicht da war. Die man natürlich dann auch quasi vorher supergut in seinen Planen mit einbauen kann. Und dann kann man es mal auf. Genau so machen wir das jetzt. So ist jetzt der Plan und so läuft das. Das ist jetzt das Ding, was wir machen wollen. Discord geht ab 2018 kann man dann auch mit mir rechnen, sagst du auch Discord? Ja, klar. Ey, komm, zumindest habe ich den Emoji schon mal eingereicht. Komm, da muss man mit zufrieden sein, Alter. Läuft doch. So, Frage. Was können wir tun? Vielleicht ist hier hinten eine Goomba-Tante? Nein, du willst mich nicht. Nein, du willst mich nicht. Irgendwo muss doch eine Goomba-Tante sein. Das wäre fantastisch. Wenn wir irgendwo eine fäsche Goomba-Tante fänden. Zum Defenden. Verstehe sie? Was? Ich weiß nicht mal mehr, was passiert ist. Ich weiß nicht mal mehr, was passiert ist. Aber gut, nehmen wir dann. Nehmen wir auch gerne. Gehen wir mal ein bisschen hier hin. Pass mal auf. Wir können ja... Pass mal. Wir haben das sowieso noch nie gemacht. Zu diesen Orten gehen, wo die dann sagen, du brauchst jetzt zwingend diese und diese Klamotte. Gib mir die doch mal. Das könnten wir natürlich jetzt mal tun. Mal gucken, was dann so passiert. Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir noch nie gemacht. Das wäre nagelneu. Das wäre nagelneu. Da war ich schon drin, wenn mich nicht alles täuscht. Den Typ können wir dann auch noch mieten. Bei Zeiten. Zumindest einer freut sich, mich zu sehen. Das ist Wahnsinn. Dankeschön. Super Typ. Den behalte ich. Jetzt brauche ich Tantentürme? Ja, ich brauche Tantentürme. Und Tantiemen. Moment. Da ist ein Mond. Ich will den Mond haben. Überruf dich. Guten Tag. Warte, warte. Oh, ja. Das will ich nicht gerne haben. Oh, wir werden Cowboy und Indianer. Oh, ich möchte gerne auch Cowboy und Indianer sein. Das wäre toll. Da steht da Testosterona in der Tost Arena. Ja, nee. Das ist quasi dasselbe. Alles fantastisch. Jetzt fehlt mir einmal. Nein. Mir fehlen sieben. Mir fehlen sieben. Wollte doch so gerne Gold sieben. Guck mal, wie er sich freut. Guck dir das mal an. Ich will übrigens auch sagen, dass wir das Festival in Yudong City noch gar nicht geguckt haben. Da müssen wir auch noch hin. Da haben wir noch gar nicht gemacht. Da gibt es plötzlich eine Schnecke. Ja, nee. Ist klar. Warum wäre die nicht hier? Irgendwann ist die doch bestimmt. Sie sind wirklich nur die paar Münzen. Also das Festival müssen wir natürlich auch noch gucken. Ich bin mir darüber bewusst. Nachdem wir hingerannt sind, einfach nur um das Festival dann sausen zu lassen. Eine komplette Band organisiert haben, um dann einfach zu gehen. Weil wir Profis sind. Das ist aber nicht einer von den Samen, die wir da ursprünglich irgendwann schon mal vor Jahren gefunden haben. Das ist ein anderer Samen. Wir haben eine andere Art Samen, die wir jetzt dann auch noch sammeln müssen. Herrlich, das Niveau steigt. Andere Länder, andere sind. Ja, ist okay. Ich bin noch eingeschrieben. Fetziger Hut, sagst du. Hereinspaziert. Ja, dankeschön. Guck. So. Jetzt sind wir zufrieden. Du tanzt und du tanzt und du... Ich muss jetzt nicht ernsthaft... Nein. Villa Rieber und Villa Bajo feiern bis tief in die Nacht, Alter. Heilige Scheiße. Das hat sich gelohnt, Alter. Das hat sich gelohnt. Das war vermutlich das Beste, was es jemals gab. Also das war gut. Quasi nur noch sieben Liter Tequila. Und dann im Prinzip perfekt gewesen. Aber ich hab mir sagen lassen, dass drei Liter Flaschen Schnaps nur von und für die Tequila ganz besondere Leute gibt.